Der Recruiter 4.0 ist jemand, der einen Leitsatz wirklich beherrscht. Man kann nur das glaubhaft nach außen kommunizieren, was man stimmig nach innen lebt. Nicht irgendeine Marke verkaufen, wenn die Innenprobe nicht da ist, beziehungsweise man der nicht standhalten kann. Unternehmen werden in den nächsten Jahren mehr und mehr eine Arbeitgebermarke brauchen, und zwar nicht nur eine Marke auf dem Kundenmarkt, sondern eben auf dem Arbeitsmarkt. Den Kandidaten ist wohl bewusst, dass sie wahrscheinlich 50 Jahre lang arbeiten werden. Das heißt, sie werden auf Work-Life-Balance ganz massiv achten bei einem Arbeitgeber. Sie erwarten, dass sie nach ihren Stärken und Talenten eingesetzt werden, weil nur so lassen sich 50 Jahre in hoher Produktivität bewältigen. Ihnen ist auch klar, dass sie eine Personalentwicklung brauchen, die die Geschwindigkeit, die Dynamik der Märkte und auch des Geschäftsmodells widerspiegeln. Also mit anderen Worten, Ihnen ist ziemlich klar, was man von Ihnen verlangt. Und das preisen Sie in Ihren Anforderungen an den Arbeitgeber der Zukunft auch ein.